Hol mir den roten Pilz. Im Gegensatz zu dir. Fick dich ins Knie. Nein. Oh. Nee, das... Aber du kommst hier nicht raus, ne? Du Vollidiot! Du hast gesagt, ich hol mir den roten Pilz und geh jetzt in ein zweitiefes Loch. Fick dich, Eddie? Du bleibst da drin. Ich hau dich wieder rein, wenn du rauskommst. Eddie, wenn du das machst... Hallo und willkommen hier bei den Survival Games mit dem Pixler steckt Austria LP und äh... Wie heißt der Rest hier? Ich hab gesagt, ich wollte die Einleitung machen. Na gut. Jetzt lügt er, jetzt lügt er. Ach komm, ich krieg hier keine Kiste, aber ich will die Schwer verpennen. Ja! Oh Mann! Ich hab die Schwerter wieder rausgegeben. Oh, ich hab drei Schwerter! Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren posten, ob euch das ein bisschen zu chaotisch ist, weil irgendwie macht's mir eigentlich relativ viel Spaß, denn hier die ganzen... Ey, die ganzen Typen rumheulen. Ja, ey, da vorne ist Papayo, hinter mir rennt Yannick her. Ich hab drei Schwerter. Und hinter Yannick renne ich her. Und hinter mir ist es mir egal, wer da hinter mir ist. Geh weg! Nein, Mediaspark! Wie, Alter, ich füße dich. Ich will egal, wer hinter mir ist. Mediaspark! Und alle... Endlich immer mehr, durch die Schwerter. Ey, ist hier keine verdammte Kiste in diesem Haus? Ich hab keine Ahnung, wer überhaupt irgendwelche Kisten sind. Fuck. Ich... 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 Nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Bitte, bitte! Oh. Tu mir nichts! Nein! Wir sind erst jetzt gekriegt! Nein! 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 Scheiße! Er ist weg! Lass es ihn umbringen! Was? Yannick, du bist so... Nee! Nee! Hör auf! Bitte! Bitte nicht! Bitte nicht! Ich mach das! Oh, wie gehst du gerade ab? Oh, Mann! Eddie, ein bisschen leiser, bitte! Tut mir leid! Tut mir leid! Ich steuere total! Da warte ich gar nicht mehr rennen, du musst essen! Ja, bei mir auch nicht! Okay! Ich dreh gleich meinen Pegel runter, wenn ich in Sicherheit bin! Eddie, komm zu mir! Ich hab nen Hut! Wo bist'n du? Ja, wo du nicht bist! Mann! Ein Hut ist besser als ein feuchtes Nichts! Lass das! Hilfe! Hilfe! Nein! Jetzt muss ich aus der F5 raus! Wenn ich niemanden angreife, der hier im PS ist, dann kann ich niemanden angreifen! Dahinten müssen noch... Tüte Papayo, der kann das abhaben, der ist dabei! Aber gut, ich bin mal nett! Ich lass' dich mal schon fristen! Papaya, bist du tot? Äh, ähm! Nein! Nee! Nee! Höh! 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 Ja, der hat dich gekillt! Ich hab auch einer... Höh! Ich bin einfach nur gerannt! Eddie, ich glaub' du bist gestorben! Der Schatz muss killt bei dir! Bist du dir sicher aus, ey? Die Luft hab' ich gekillt! Ja, ich glaub! Vielleicht würdest du mal nicht mehr schlagen! Warte, fuck! Warte, treff' ich den Wichser nicht! Oh! Oh, Pixel ist durch! Ach, hier, mich! Bin an dir drüber! Nein! Warum ist mein Wetter auch mal leer? Also... Was war Janik vorhin abgezogen hat? War einfach... War einfach Badass! Ohne Scheiß! Höh! 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 Oh! David, du wolltest noch Team machen! Du bist wie du! Höh! Ich bin gerade irgendwo! Eddie! Spektatest du mich? Wenn ja, trinkt die Flasche bitte ein andermal! Mein Gott! Ich hab' dich gefunden! Nein, ich spektate nicht! Weil wegen dem Spektate-Bug! Ich hab' mich zu dir zerfettet und unsichtbar gemacht! Ne! Huck! Ey, aber ich hab' hier grad... Ich glaub' auch nicht! Ich weiß ja nicht, wo hier überall Kisten sind! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Was hier und nicht schon? Die Map sieht halt nur gut aus! Oh ne, da muss ich nicht! Wird einer von euch auf dem Baum? Meck, weg! Können wir den Arsch retten! Hilf mir! Oh, da hinten kommt einer! Servus, da ist jemand! Okay! Servus! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mit der Faust drauf! Nein! Was ist das, Junge? Ich nicht, Yannick! Du Arschwach! Du Arschwach! Du Arschwach! Nein, nur einer kurz! Ich bin natürlich gestorben, dass ich runtergefallen bin! Nicht, dass er mich geschlagen hat! Nein, dass ich runtergefallen bin! Ich bin ja nicht... Ich bin ja nicht parteiisch, aber ich will unbedingt Yannicks Blut hier irgendwo noch blieben sehen! Irgendwo! Ich hasse ihn jetzt schon! Irgendwo! Alter! Ich weiß noch, wo war es? Survival Games 3? Oder wo war das? Wo du mich umgebracht hast? Du kanntest keinen! Nur mich! Und dann musstest du mich auch noch umbringen! Alles Zufall und Schicksal! Du kennst ihn doch auch! Alles Zufall und Schicksal! Oh, wer ist denn da hinten? Das ist... Kenn ich nicht! Das ist... Äh... Kenn ich nicht! Oh, wer ist denn da vorne? Das hier... Oh Gott! Da sind... Oh Gott! Okay, dann bin ich's nicht! Dann ist niemand! Hoff ich zumindest mal! Wann haben wir da vorne? Das ist... Ach, hi! Ausdrehen! Ne! Bei mir ist keiner! Ich hab mich extra noch mal umgeschaut! Wobei! Ich bin... Ich geh jetzt zu ner Kiste, die noch fast keiner kennt! Eddie, wenn du mich mal spectaten willst! Hey, da sind wir in Joten! Siehst du mich von beiden Joten? Ja! Oh, hi! Ach, der ist auch schon wieder... Ach, der ist auch schon wieder... Ach, der ist auch schon wieder... Ja, er ist ja mit uns gestorben! Ach, er ist auch gestorben! Ach, er ist auch gestorben! Wurde wohl... Wurde... Wurde... Ey, da, äh... Yannik, da wohne Stroblemaker! Ja, ich hab schon gesehen! Oh... Und wer ist da? Ja... Berrachi! Berrachi! Hinter dir, hinter dir! Geh wieder zurück! Nein, nein, nein! Geh wieder zurück! Ach, der hat ihn noch gar nicht bemerkt! Pfff! Ja, dann hab ich einen Kill geschafft, ey! Du bist so badass, ne? Was ist denn? The Cube LP! Boah, du bist so badass, ne? Boah, Triple Will Double Kill! Triple Will! Triple Will Double Kill! Äh, Will... Wie? Pass auf, da ist noch... Ja! Ja, bring ihn um! Töt ihn! Töt ihn! Töt ihn! Ja! Ja! Endlich! Wir sind alle frei! Juhu, ich lebe noch! Endlich! Endlich! So, ne? Jetzt... Das muss sein! Das war meine Scheißfrage! Das muss sein, ja! Boah, ey! So, wer lebt noch von uns? Bis zum ersten Mal! Ciao! 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 Wie! Lebt noch! Außer Austrii! Ich... Ich bin tot! Boah! Edi, ich weiß, dass du mich liebst! So, dann gehen wir zur Austrian LP! Er geht gerade aufs Gipfelkreuz! Ja, danke, dass du meine Position preisgibst! Es ist ja nicht so, dass es nur ein Gipfelkreuz gibt! Es werden Gipfelkreuz... Die Hütte hab ich mit Felix gebaut! Was? Die Hütte hab ich mit Felix gebaut! Was weiß ich noch? Stimmt gar nicht! Ey, die lügt nur! Die hat Felix ganz allein gebaut! Oh, warte! Da unten bin ich! Ich muss zu meinem Geheimnis rennen! Zu meiner Erwähnung! Weil ich auch mitgebaut hab! Ja, hast du gar nicht! Ich hab auf der Map mitgebaut! Ja, klar! Ja, das hab ich schon mitbekommen! Aber... Hey! Da bin ich ja auch! Cool! Oh, cool! Danke! Ja, danke Felix, dass du mich auch erwähnt hast! In Gedanken an Storm, NoDop, Pixel und Austrii! Na, Julio! Ja? Hä? Wo steht denn das? Ich bin äh... Später oder so. Gleich irgendwann nochmal online! Kannst du mich deshalb nicht anschubsen? Ja, okay! So! Ich sag jetzt öffentlich ne Aufnahme! Okay! Man sieht sich! Ja, nee! Hau rein! Man riecht sich! Man riecht sich! Bitte fall hin und tu dir irgendwie weh! Ja, ansonsten alles okay! Nein, nee, ich fall nicht runter! User disconnected from your channel! Schau doch nicht! Ja, okay! Dann... Ich fall trotzdem nicht runter! Wie es immer einen Vollidioten im TS gibt, der Tschüss sagt, wenn der Typ eigentlich schon weg ist! Ja, das ist mein Ziel im TS. Ich würde das irgendwie mit dir! Ich kann jetzt auch gehen! Das ist seine Heilige bestimmt! Ah, ja! Liegt am Weihnachtsmansken! Ja! Austrie, willst du eine Rektaluntersuchung beim Drachen vornehmen oder was? Nein, ich will keine Rektaluntersuchung! Du bist tot! Dann soll der Drache eine bei mir machen! Ist mir eigentlich auch egal! Boah, ich würde dich jetzt so gerne runterschubsen, ne? Knick dich! Irgendwas ist mit den Farben ein bisschen komisch! Knick dich! Das sieht aus wie im Comic, alter! Mit den Farben hier! Sprich! Das ist ein Screenshot worth! Das ist mein Screenshot! Ich Philpiss dich all! Du piss dich bloß! Springen! Es tut nicht weh! Zaba hat eine Kotstille, sagt er. Ja, hab ich schon gelesen. Ich hoffe, ich sterb nicht. Wie das aussah mit deinem Cap. Ach ja. Irgendwas ist doch hier ein bisschen fehl. Man sieht ja mein Cap bei mir gar nicht. Ich seh's bei dir. Ja, ich aber nicht, weil ich noch Playmodels drin hab. Ich seh's bei Pixel. Boah, du kennst ja alle Kisten. Sorry, ich hab bei dir mitgebaut. Sorry, geh da vorne mal in die Höhle, wo ich festgesteckt bin. Festgesteckt? Festgesteckt tut, Entschuldigung. Festgesteckt Geheimtut. Nein, Geheimtut. Ich weiß nicht, kennst du die hier? Warte. Warte. Warte ich nicht. Zumindest war noch keiner da. Fick dich. Unsichtbar, Edi. Unsichtbar. Ach so, Entschuldigung. Sind die 8 Minuten halt schon um, kann ich doch nix für. Ich seh auch hier. Aber warte mir gar nicht. Weißt du, Hauptsache ich loot die Geheimkiste. Aber die offensichtlich hol's dir gar nicht. Das ist schon intelligent. Zum Glück fällt's mir noch auf halber Strecke wieder ein. Und das Schiff wurde übrigens von Carp gebaut, der hat hier auch seine kleine Geschichte. Mach keine Werbung. Warum? Ich sag nur Carp. Ja, ein Mehrwerbungsbetrag. Mal gucken. Er will deine Zahn. So. Jetzt werd ich wieder als Edward angeschrieben. Edward. Edward. So. Ist jetzt auch so ein schwuler Vampir von Twilight, der mit Sonnenlicht glitzert? Eddie. 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 Vampire, die im Sonnenlicht glitzen, sind männlich. Ich hol mir den roten Pilz. Fick dich ins Knie. Nein. Oh, nee. Aber du kommst hier nicht raus, ne? Du Vollidiot! Dann sagt er, ich hol mir den roten Pilz und geh jetzt in zwei tiefes Loch. Fisch dich, Eddie. Du bleibst da drin, ich hau dich wieder rein, wenn du rauskommst. Ey, Eddie, wenn du das machst, ich bann dich. Ich bann dich, sagt der kleine Hobbit immer noch. Echt? Fisch dich? Ich bann dich. Nein! Nein, gib mir eins noch. Aua, Eddie, aua. Oh Mann. Was ist das denn? Oh Gott. Ist Medias Park noch hier? Auf jeden. Ist Medias Park eigentlich noch hier? Ich mag dich. Du magst mich. Einen besseren Freund als. Dich gibt's nicht. Wir umarmen uns. Aus, jetzt mach mal hin, das wird langsam langweilig. Wer lebt denn noch? Keine Ahnung. Globalnudelwurst. Machst du gleich Schluss? Oh Mann. Globalnudel? Tja. Ich lebe einen Stein Kaiser und Creeper. Äh, WTF ist hier passiert? Warum ist die Tür schon offen? Ja, weil Redstone ja nicht resettet wird. Oh, nice. Aber die ganzen Sachen hier sind ja noch da. Von daher... Ich mach halt mal einen tief Flipflopfen. Beschwer ich mich mal nicht, Eddie. Juhu. Der mich tötet, hat im Lotto gewonnen. Okay, wo wohnst du? Äh... Ja, das ist geheim. In Österreich. Ja, ist ja nicht so groß wie Deutschland. Solltest mich schon finden können. Aus, wir besitzen nicht mal einen Bausparvertrag. Fick dich. Ne, doch. Ich besitze einen Bausparvertrag. Pssst. Ich aber nicht. Nein. Eddie, kannst du mir mal sagen, wo die Gegner sind? Am Spawn sein. Am Spawn sein. Am Spawn sein. Ah, geht's um Spawn. Joa, okay. Scheiß auf das Lanchen. Hat grad Lord... Lord Dingeskirchen gesagt. Wie schlüsst du mit Penis? Wupka Penis. Ich. Machen einfach Slashlist und dürftest du's sehen. Ja, Einer, ganz genau. Ach nee, you don't tap vermischen. Gesundheit, Hust. Nein. Ich klinge den noch mittel. Alter. Boah. Aua, mein Alts. Schafft das keiner. Ey, ey. Ich hätte nicht den Rohrreiniger trinken dürfen. Der Rohrreiniger trinken dürfen. Das trügt. Da oben ist er, ne? Ja, ja. Jetzt kommt Auszieh. Jetzt kommt... So, jetzt ein bisschen Bettelmusik. Der Typ soll runterkommen. Die Musik von Rolli und der Beinmann. Kennst du nicht die Musik von Rolli und der Beinmann? Rolli und der Wehr. Jetzt kommt der Enchantete Hose sogar. Du hast von unten eine höhere Range mehr. Der hat eine Enchantete Hose. Wieso hat der eine Hose Enchantet? Weil er reingekackt hat. Ja. Der hat reingepisst, deswegen... Weil er reingekackt hat. Boah, jetzt rie. Du musst hochklettern. Dann kann ich wieder. Ich hab' keinen Bock auf Klettern. Meine bisher petit reagiert... werden da auch nicht das ausdruckt der dritte für die europäische hier oben so gut ja er ist untergesprungen der verlegenheit er hat gesagt dass sie nicht erler von mir vorbei ja ja das was kann man sich aus dem roten mehr ich habe auch die auch nicht dort das ist auch wenn ihr einen spektat auf den beruhigt sich dass wir nicht so schön spektatat wer ist das unsichtbare schwert spektrainer mit dem auch töten das kann ich sehen das allein die ich kenne das alleine werken wir nicht irgendwo kennengelernt kriegt ja mach ich jetzt auch da ist gerade jemand vorwurmgesprungen das sieht lustig aus oh mein Gott weil der Suizid gefährdet das Server hier das ist nicht okay Aua Fick dich ey ich hab kein solches da jetzt umbringen im Baum ja ich bring mich auch um warte wer vermutet schon ITEMSION ich Aua Eddie lass mich da unten in Ruhe spüren ich will sehen was als Meldung kommt ja wohl vom Pixlärchen erschlagen wahrscheinlich Aua das tut weh tun Höh wie geil bin ich noch drin das war dann wohl auch mit meiner Aufnahme tschau tschüss 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 tschüss